Der Fall Teichtmeister hat das Thema Kinderpornografie in Österreich wieder aufs Tapet gebracht, wobei der Begriff Kinderpornografie ist an sich veraltet und im Rest Europas wird es eigentlich als Kindesmissbrauch online bezeichnet, weil dieser Begriff viel klarer macht, dass jedes Kind tatsächlich missbraucht worden ist, um ein Video herstellen zu können und jedes Mal, wenn dieses Video angesehen wird, ist es eigentlich ein weiterer Missbrauch dieses Kindes. Im Fall Teichtmeister hat ja sein Anwalt Rami gemeint, es wäre ein rein digitales Verbrechen. Genau das ist allerdings irreführend, denn wer Kinderpornografie oder eben Kindesmissbrauch online ansieht, der unterstützt auch die Produktion davon und wie es von Experten heißt, es dürfte dafür tatsächlich einen Markt geben. 58.000 Dateien sind bei Teichtmeister gefunden worden, die dürfte er im Raum von etwa 13 Jahren gesammelt haben. Für ihn gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung. Zeitgleich ist bekannt geworden, dass eine NGO aus den Vereinigten Staaten für das Jahr 2021 etwa 10.000 Verdachtsfälle in Österreich an die Behörden weitergeleitet hat. Aus diesen 10.000 Fällen sind immerhin über 780 Fälle herausgefiltert worden, bei denen tatsächlich eingegriffen werden konnte. Ein ganz besonders grausamer Fall aus Oberösterreich, wo erst sechs Monate altes Kleinkind missbraucht worden sein soll. Also wirklich erschreckend. Die Sache ist die, die Zahlen, die gehen stetig nach oben. Noch vor wenigen Jahren ist deutlich weniger angezeigt worden. Einerseits sagt man dann natürlich, es liegt daran, dass die Leute inzwischen mutiger sind, dass das Tabu vom Thema ein bisschen weggegangen ist und das einfach mehr angezeigt wird und das genauer Nachschau gehalten wird. Andere wiederum meinen, dass gerade die Corona-Zeit dafür gesorgt hat, dass sich Pädophile einfach besser vernetzen und mehr Inhalte im Netz zugänglich sind. Fakt ist, dass die Beamten in Österreich beim Bundeskriminalamt an diesen Fällen arbeiten, gerade mal sechs Stück sind und die sollen 10.000 Verdachtsfälle bearbeiten. Da wird es vermutlich deutlich mehr Personal brauchen.